Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox OS. Ein Screenshot machen. Um ein Bildschirmfoto von Firefox OS zu machen, gehen Sie wie folgt vor. Drücken Sie gleichzeitig die Ein- und Ausschalttaste und die Starttaste. Dann bekommen Sie den Hinweis, dass ein Bildschirmfoto gemacht wurde und dies nun in der Galerie zu finden ist. Um nun zu dem Foto zu kommen, gehen Sie zu der Galerie-App und starten Sie die Galerie. Ebenso können Sie beim Firefox OS Simulator ein Bildschirmfoto machen. Gehen Sie da wie folgt vor. Starten Sie Firefox, klicken auf Menü, Entwicklerwerkzeuge, starten dort die Web-IDE und dort können Sie den Simulator erst mal starten. Simulator in Firefox OS 2.2. Simulator starten und da ist der Simulator auch schon. Klicken Sie nun auf Laufzeitumgebung und klicken dort auf Screenshot. Das Bildschirmfoto können Sie nun speichern mit Rechtsklick und Grafik speichern. Das war dieser Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück.